Musik Chrissi, gab es bei dir Spaghetti mit Bolognese zum Mittagessen? Nee, bei dir. Warum hast du denn so eine Hackfresse? Der hat gesessen. Warum? Warum? Rausgehenverbot. Rausgehenverbot, okay. Bleib drin. Du darfst nur noch schlafen. Carrera! Nein. Scheiße. Der hat gesessen. Der war hart. Ich hab euch gefunden. Hast du ein Kornbier gebaut? Ja, los. Ja, los. Ja, los. Ja, los. Ja, los. Ja, los. Schatz? Hm? Guck dir das mal an. Ist das nicht ein geiles Held? Boah, Schatz. Ja. Wenn du da noch den geilen Körper dazu hättest, wär's perfekt. Schatz, ich hätte den geilen Körper dazu, wenn ich die passende Frau dazu hätte. Leute, ich hab heute direkt nach dem Aufstehen gelächelt. Ich glaube, ich hab mir das Gesicht ausgekugelt. Papa? Ja? Könntest du mir bitte Geld für eine Kino-Karte geben? Nein. Du bist schon das dritte Mal hier und fragst danach. Aber immer wenn ich reingehe, steht da immer jemand und zerreißt meine Karte. Du gehst ins Heim. Geh raus! Sag mal, hat jemand von euch zufällig in der Stadt einen Geldbeutel gefunden? Farbe ist egal. Komm zu mir, geliebter Kaffee. Komm näher, geliebter Kaffee. Da bist du ja, geliebter Kaffee. Schatz, willst du wissen, warum ich so auf dich bin und nicht mehr mit dir rede? Nein. Ich respektiere deine Entscheidung und genieße die Stimme. Tja, braver Junge. Ganz braver Junge. Ist doch still. Wollt ihr denn dann auch ein Leckerli dafür? Pst. Wie pst. Pst. Wie pst. Du bist das auch, ich rede nicht mehr. Was ist denn dort oben? Pst. Was ist denn dort oben? Lampen. Jetzt sei sauer wieder. Okay. Wieso, Schatz? Was ist denn los? Hä? Was soll los sein? Was blitzert? Ich sag, ich hab ja noch genug Zeit. Was hast du? Sag mal, bist du taub? Ich hab ja noch genug Zeit. Also genug, genug, genug was? Alter! Ich hab's nicht verstanden. Ich hab's nicht verstanden. Ich oh nie mehr. Was schmeißt die Teller nicht? Ist kein Polteramt. Soll ich sie zu dir schmeißen? Ist kein Polteramt. Nee. Haben wir auch nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, Schatz. Aber ich glaub, du hast genug Zeit. Ja. Kann das sein, dass du noch genug Zeit hast? Ich hab's nicht verstanden. Ich hab's nicht verstanden. Aua! Vielleicht da. Vielleicht kommt ja auch ein neuer Follower. Patsi? Ja? Wie ist denn das so mit Geschmacks- und Geruchsverlust? Na so der Großverlust ist neu. Und Geschmacksverlust? Echt jetzt? Echt jetzt? Bei was soll ich dir helfen? Ich krieg ein Geschenk nicht unterm Baum. Wie? Du kriegst Geschenk nicht unterm Baum? Das einen Geschenk krieg ich nicht unterm Baum. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich weiß nicht, ob ich es am Baumpinsel oder unterm Baum legen soll. Was ist es? Na das! Was ist das? Du bist ein süßer Schatz. Na das hier! Warte! 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 Dann machst du Platz! Warte! Es passt! Es passt! Es passt! Ha! Mini unterm Baum! Luis! Wissensfrage! Was ist 1884 passiert? Martin Luther wurde geboren. Was ist 1884 passiert? Ne, 1888? Da ist er gestorben. Da ist Martin Luther vier Jahre alt geworden. Geschichte! Oh, Stanley, kannst du mal bitte den Geschirrspieler anwerfen? Wie sollst du den anwerfen? Hab ich doch! Oh, Stanley! Gestern hat mein Geschirrspieler komische Geräusche gemacht. Und heute ist er wieder zufrieden, weil er Nudeln bekommt. Mhm. Ist er jetzt wieder heile, der Geschirrspieler? Zeig mal deine Hände. Ach, sind gut. Können wieder. Huh? Ich sehe mich nur die Hände. Wirmpfen podcast jetzt noch mal für neue Herbe. wir in fünf Minuten über volcano.